Auch an Oster gibt es Möhrchen. Und da wird natürlich elegant in die Kamera geschmatzt. Geschicktes Möhrchen zwischen den Füllchen gehalten. Ich habe den Kopf schön nach hinten in den Nacken gelegt, damit es besser runterrutscht. Und die Sonne genossen dabei. Endlich Sonne! Und immer für die neuesten Bestseller. Probier es gleich aus. Deine Lieblingsgeschichte jetzt kostenlos hören. Und die Sonne. 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 Schatia, kommst du? Hier geht es ordentlich bergauf und habt ihr was bemerkt, ich schniefe nicht, wir haben jetzt gerade 15, 16 Grad im Schatten, absolute Idealsbedingungen. Mein Lieblingstemperaturbereich. 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 Ja, so frisches Wasser ist lecker. Kurze Zunge reingehalten, das langt. Schmeckt am Anstellen gleich, hast du gerade festgestellt. Dex traut sich was. Klasse Füße langt, ja, ja. Muss nicht noch weiter rein. Die Stimme ist auch zu stark. Dex hat getauscht. Kleines Stück gegen großes. Sie hat sich das kleine genommen von Schatia, weil Schatia wo satt ist. Alles. Und jetzt meint die Schatia, der will das auch haben, das kleine Stöckchen. Deswegen sagt sie schon mal gleich wahrscheinlich, nein, alles meins. Schatia ist das. Und du hast auch einen schlechten Tausch gemacht, du hast ja dein großes Stück liegen gelassen. Ja, ich heiße Lisa, bin beruflich und beruflich und beruflich. Ja, ich weiß nicht. Wie viel ist die Nase noch? Zwar hoch, aber noch mal auch was nicht wichtig. Ja. Noch so in den ganzen... Ja, das hätte ich immer noch zu tun. Stress und dringend. Na ja, bin ich ausgekühlt. Ja, bis dahin zu dir. Ja, ja. Aber noch Zeit zu kochen, was? Warte Zeit. Warte Zeit. Ja. Wenn du nichts protectorst. Warte Zeit. Vielen Dank.